so wieder zurück es gibt hier einen kleinen sprung im video einfach weil es hat mir einen emulator zwischendurch verrissen und deswegen habe ich ein bisschen vom video verloren aber was bisher passiert ist dass wir so für den dritten tag aufgewacht sind und dann kam dieser freundlicher mensch doch geradewegs in unser zimmer gestürmt und hat beschlossen dass wir zusammenarbeit arbeiten müssen und deswegen sollen wir uns jeden morgen zum frühstück zusammentreffen direkt nach dem aufstehen das ist doch nett von ihm dass er das so beschlossen hat oder machen doch direkt weiter dann und zurück und der erste tag ist heute leon denn so dazu zu sagen okay das war doch kein morgen mensch er ist ein wort sein problem sich einen so viel aufzuwecken und den ganzen in so einen aufstand zu machen weil ich auch erwischt neige war es wohl halt überall umgelaufen und hat absolut jeden auch geweckt was so ein schwachkopf geht wieder zurück ins bett soll ich soll das sagen ich bloß zeitverschwendung wenn ich mal wird sowieso wieder kommen das ist das denn die elektrik oder hier ist alles zugesperrt wo wollen wir genau wo sind wir jetzt eigentlich dann gehen noch mal tatsächlich im kafeteria aber es hat jeden sozusagen wir haben uns ja quasi mit jahren gefreundet gefragt was du hier tust sollten jetzt eigentlich los sie weiß sie braucht einfach nur ein bisschen zeit die nerven zu bringen denken wir irgendwo wofür sie hat schmetterlinge im bauch oder bist du bitte so nervös na dann da haben wir wieder alle das hängt jetzt nicht schon wieder mit an dass ich jeden einzelnen reden muss um herauszufinden was jetzt eigentlich los ist okay frühstücksversammlung Soldaten ich weiß es sehr zu schätzen dass ihr die zeit genommen habt an diesem morgen hier zu versammeln ich hatte gesagt dich zu verpissen aber du hast mich hier geschleift aber ich hatte es schon früher erwähnt aber um mich von hier zu entkommen müssen wir so viel wie möglich zusammenarbeiten also sollte dieses frühstück der erste schritt unter der sein das vertrauen unter uns kameraden zu stärken vertraut uns allen uns nach dem aufstehen immer direkt hier zu versammeln deswegen sollen wir jetzt erst einmal alle an einem morgengelage teilhaben oh gott hätte geschwollen frühstück mit anderen leuten nervös ist mein erstes mal erstes mal an anderen leuten ich will es gar nicht wissen also wichtig ist hat jemand irgendwelche hinweise gefunden wohl nicht ok also ich glaube sie wollten so mit der kunst schon so ein bisschen bemerken dass bzw bezwecken dass man bemerkte als auf dem magazin sieht schon deutlich anders aus also aber ja wir sind kein shit weiter gekommen irgendetwas wir uns das angetan hat wir entkommen irgendwas habt hier niemand irgendwas du wirst sterben wie damals die musik verstummt ich glaube das war dann sehr betont deine schwäche naja deine schwäche allen zu offenbaren wird dich umbringen von redest du da ich werde sterben also hör auf mit dem scheiß erstmaßungsfähigkeit heißt überleben ich glaube so viel habe ich bereits gesagt du musst dich dieser neuen lebensstil anpassen und zwar bald stimmt etwas mit deinem kopf nicht diesen ort anpassen hast du einen knall du tust dir einfach nicht zu das klingt so als will sie ihr leben aber ich ich werde das nicht passieren lassen ich werde hier rauskommen egal was passiert wie du willst also keinerlei hinweise der täter ist offensichtlich ist verrückt und durchgeknallt und das muss auf jeden fall sein und uns hier gefangen zu halten seine gefühle bedeuten hier einen scheiß hat jemand auch einen echten hinweis also wenn es jemand der verrückten durchgeknallt ist könnte der täter vielleicht ist der also der ihre mörder sein welcher ihre mörder so hast du irgendeinen plan wer der täter ist ist weniger reine idee als halt einfach ein schuss ins dunkle an diesem punkt sind gerade der unsicherheit völlig irrelevant du hast meine erlaubnis zu reden also nun ihr habt alle vom genocider schuh gehört genocid schuh der serienmörder der überall im fernsehen internet ist so ein grauen regner verbrecher der dessen modus also grauen regner mörderischer er ist hinterlässt immer eine nachricht in dem blut des opfers blutbart fieber seine opfer sind scheinbar völlig zufällig und ohne vorwarnung ausgewählt selbst die kann kein muster feststellen das internet hat er mir in den spitznamen gegeben in usw das schuh gerüchte sagen dass er bereits tausende von opfern hatte das ist wahrscheinlich bloß eine legende der realität ist vielleicht so zehn oder 20 was immer noch viele sind also erscheint auf jeden fall selbst für einen irrenmörder sehr abnormal zu sein als es würde irgendwie zu also ein passen das ist irgendwie neue theorie es gibt keinerlei beweise wenn er der täter ist dann haben wir ein mächtiges problem ist alles gut ist absolut eindeutig und fragwürdig alles gut weil hilfe schon unterwegs ist es waren jetzt ein paar tage seit wir gefangen sind wenn alle so plötzlich kontakt mit uns verloren haben ruft dann nicht hängt und die polizei es findet ohne kummer wohl sehr lustig zumindest der stimme noch nicht zu erteilen ja da ist er wieder die polizei erwartet auf die polizei du wachst es dein gesicht zu zeigen wisst ihr leute was die rolle der polizei also wie soll man es übersetzen also wir zwingen die business organisation die schurken die dunklen helden okay sie sind die widersache für ebenso die bösen ohne die polizei werden die bösen halt nicht so davor stehen es ist zwar ihr job und alles aber ihr sollt ihr seid nicht sicher dass ihr wirklich auch leute mit so einer oberflächlichen rolle zählen solltet so oder so wenn ihr so dringend hier raus wollt alles was ihr tun müsst ist jemanden umbringen war das lustig also er war sehr amüsiert von dieser großartigen auftritt längst du noch dran fest das willst du was willst du mit uns mörderischer ära homozidemaniak das ist ein lustiger namen ist es deutsch wir wissen wie du wirklich bist ja ja wieder zurück zum thema ihr seid bereits mehrere tage in eurer akademie aber niemand noch niemand hat versucht ihr mal umzubringen trotzdem absturz in der ausbildung leute seid beeindruckend aber für mich seid ihr langweilig egal was du sagst wir werden niemanden umbringen hat es kapiert glühbärtchen das ist eine erleuchtung ich habe schon darüber nachgedacht wieso gab es noch keinen mord wenn wir alle die richtigen elemente charaktere der setting die situation aber wir haben etwas verpasst was fehlt es gibt einen völligen mangel am motiv das ist aber einfach genug zu lösen ich muss euch einfach allen ein motiv geben die was für ein motiv darüber habe ich euch etwas zu zeigen wechsel ich das thema ich will euch leuten meinen kleinen film zeigen nein das ist nichts also es ist nichts pornografisch oder dreckiges nein nein ganz ehrlich nichts dergleichen ist ein video von außen ein video von was außen du bist so ungeduldig hebt den spaß auf wenn du das anschaust es fängt also piratenmäßig zu reden scurvy dogs also ihr sollt euch das video dann halt in einem bestimmten platz im schule anschauen davor kann ich eine frage stellen wer exakt bist du wieso tust du das was willst du von uns was ich von euch will ja das verzweiflung das ist alles was ich will und mehr als das müsst ihr von allein herausfinden wenn ihr die geheimnisse in dieser akademie ausgraben wollt macht so ihr wollt ich werde euch nicht aufhalten alles in allem euch dazu zu schauen der wir panisch versucht die wahrheit auszugraben wird ein aufregendes spektakel bären wollen einfach spaß haben er ist weg und wieder einmal ist einfach verschwunden ohne uns auch mal irgendwas zu sagen wirklich glauben wir haben etwas wichtiges gelernt wir dürfen ruhig versuchen die wahrheit herauszufinden und da werden sie sich aufhalten interessant aber ich mache mir sorgen über diese videos von außen also gut dann da schaut sich jetzt mal ein bisschen um aber hört auf und schaut mich direkt an oh nein also wir sollen jetzt einfach losziehen und nachschauen was es damit auf sich hat wieso ich du stehst am nächsten zu der tür also du bist es das ist was du bist was ja 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 ich frage ich habe nur noch einen glitzekleinen gefallen wie schwer wird es denn schon sein dass sie es überprüfen ich gehe schon danke ich schulde eine in dem fall gehe ich tue es ist gefährlich allein zu gehen ja es klingt gut wir zählen auf euch wenn irgendwas passiert einfach noch hilfe rufen er wird dann sofort da sein ich kann auch nicht wirklich sagen ob das ob er da ob er sich auf aber da Ova da verlassen kann oder schrecklich ist einfach mal vielleicht keins von beiden glaube ich dass er wirklich eine schlechte Person ist aber auch definitiv keine von guten wo könnte dieser bestimmte Ort denn sein den Monokuma erwähnt hat irgendwo wo man Filme sehen kann das muss sein der ich glaube da hatten wir doch vorher was gesehen mal schauen ja die Cafeteria warten immer noch die ganzen anderen also wohl nicht hier glaube ich Müllraum wohlkommen Toiletten Bad Küche Lagerraum Sauna eins drüber eins drüber ich frage mich ehrlich gesagt wieso es hier überhaupt so ein krankenzimmer gibt eins ah der Schulladen da wollte ich auch wobei AV-Raum das müsste ja wohl das dann sein und die beiden Klassenzimmer ne Saika kann man jetzt nicht gerade ansprechen und dort geht es geht es in so ein Badezimmer aber an der Stelle brechen wir erstmal wieder auch das Video ab damit es nicht länger als 20 Minuten wird und man sieht es dann gleich wieder hoffentlich diesmal ohne ein Bugs und ein Bugs